Im letzten Video stellten wir fest, dass die adolescenten Veränderungsprozesse eine relativ stärkere Aktivierung limbischer Strukturen, hier vor allem der Amygdala und des Belohnungssystems, mit sich bringen. Das Dopaminsystem, das wichtige Funktion im Rahmen genau dieses Belohnungssystems wahrnimmt, erfährt dabei eine Umstrukturierung. Dies betrifft einmal die Dopaminrezeptoren, die umgebaut werden, wie auch die Dopaminfasern. Einem anfänglichen Anstieg der Fasermenge folgt dann wieder eine Ausdünnung. Was bedeutet all dies für die funktionelle Ebene? Allgemein kann festgehalten werden, dass menschliches Handeln von Bedürfnissen und den aus ihnen erwachsenen Motiven bestimmt wird. Dabei wird natürlich das angestrebt, was sich als angenehm, als nützlich, als freudvoll und auch lustbringend erwiesen hat. Das Belohnungssystem besteht aus verschiedenen, unterschiedlichen Hirnbereichen und Mechanismen. Zum einen ist es in der Lage, eine Belohnungserwartung, also eine Art Vorfreude aufzubauen. Zum anderen lässt es den Menschen dann auch die Belohnung selbst erleben, wenn die Handlung eben erfolgreich war. Dieses Euphorie und Wohlgefühl fällt besonders intensiv aus, wenn das Ergebnis der Handlung das zuvor Erhoffte noch zu übertreffen vermag. Als zentraler Botenstoff dieses Belohnungssystems fungiert das Dopamin, das bei einer Belohnungserwartung aus dem Mittelhirn kommend über dopaminär gebahnen, kortikale wie auch subkortikale Zentren erreicht. So zum Beispiel den Nucleus Accumbens als Teil der Basalkerne. Das Dopamin sorgt für die Energetisierung und den motivationalen Antrieb. Wenn die angestrebte Belohnung dann tatsächlich eintritt, kommt es durch die Freisetzung körpereigter Opiate zur Euphorisierung. Die eigentliche Belohnung wird dann erlebt. Es ist der Nucleus Accumbens, der im Zusammenspiel mit anderen limbischen Regionen die Opiatfreisetzung und Wirkung und somit die Belohnung ermöglicht und so dem Menschen den erhofften Genuss verschafft. Dieses von Dopamin angetriebene Belohnungssystem beeinflusst den präfrontalen Kortex und zwar im Hinblick auf die Aufmerksamkeit, die Belohnungserwartung und den Handlungsantrieb. Und genau dieses Dopaminsystem zeigt in der Adoleszenz eine ausgeprägte Aktionsbereitschaft. Starke Impulse aus diesem System gehen einher mit dem Erleben, dass die aktuell aufgerufenen Pläne und Gedanken so unausgegoren und unreflektiert sie manchmal auch sein mögen, aber doch bedeutsam und zielführend seien. Das verursacht genau dieser massive Antrieb. Es ist so, als würde eine Stimme aus der Tiefe einfach sagen, mach es, mach es, es passt schon, wird schon gut gehen. Das heißt, dieser massive Dopaminausstrom und diese starke Aktivierung vom Hirnstamm ausgehend über die Basalkerne, dann auch auf den Kortex übergreifend. Diese Aktivierung führt dazu, dass die eigenen Fähigkeiten überschätzt werden. Vorstellungen, die diesem inneren Erleben widersprechen, die werden einfach glatt gebügelt, überlagert oder einfach nicht zur Kenntnis genommen. Die geschilderten Mechanismen sind allgemeingültig und können bei Menschen jeden Alters auftreten. In der Adoleszenz ist die Wahrscheinlichkeit, dass es aber so abläuft, einfach wesentlich höher. Einfach deshalb, da das Dopaminergesystem auf einem so hohen Level agiert. Wichtig aber, während das Dopaminergesystem auf so einem hohen Level agiert, finden wir zugleich die Instabilitäten im präfrontalen Kortex. Und dieser kann deshalb seine Kontrollfunktion nach unten hin nur bedingt ausüben. Anders ausgedrückt, ein geschwächter präfrontaler Kortex lässt sich vom angefluteten Dopamin leichter überstimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.